Diese lustig, fröhliche und feierliche Kompositione unterscheiden aus der Feder, dass eine mehreren, so etwas, aber es war, die zu veröffentlichen Verwesendung war. Selbst wahr ist es manchmal sein, dass es größer bei einer Blasen-Bestrennung zu nehmen, wie die Witter der Veräucherte von der Dörfer oder die Achtung von den Künstlern, die eine Ausbildungskomposition der Stadt Wangenau zum 1.200-jährigen Streifengebührung war. Diese Liste könnte ich jetzt noch sehr lange fortsetzen, aber ich denke, das interessiert uns nicht sonderlich und es geht die Weltkulturwohnung auch schon weiter an den Locken. Soviel zu der Al-Almar-Obertüre. Ich habe nun die Ehre, das nächste Stück vorzusagen. Das nächste Stück, das wir spielen, ist ein Medley namens Grönemeyer. Das ist arrangiert von Wolfgang Rössner. Ich glaube, bei jedem hier im Saal ist der Name Herbert Grönemeyer eingeführt. Man kennt ihn aus Charts, überall her. Herbert Grönemeyer startete seine künstlerische Karriere Anfang der 80er Jahre und wurde zunächst durch seinen Auftritt im Kinofilm »Das Boot« bekannt, bevor er als Musiker wahrgenommen wurde. Ihm ist es gelungen, seinem unverkennbaren Stil treu zu bleiben, sich dennoch immer weiterzuentwickeln und dabei stets erfolgreich zu bleiben. Seine Alben verkaufen sich fast von selbst. Die Konzerttourneen sind bis heute regelmäßig ausverkauft. Aus der Fülle an großartigen Songs redet Wolfgang Rössner vier bekannte Hits aus und schub daraus ein prägnantes, abwechslungsreiches Medley, das wir euch nun präsentieren wollen. Viel Vergnügen! Die Konzerttourneen sind bis heute regelmäßig aus der Fülle an. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018